Das, was uns jetzt noch fehlt, ist eine gescheite Newsletter-Vorlage. Ich hätte noch bis vor vier Wochen gesagt, ich möchte am liebsten hier mit den Vorlagen starten und erstmal eine Vorlage erstellen. Aber es gibt einen neuen Composer und der schafft es noch nicht, Vorlagen so zu importieren. Also da müssen wir einfach FluentCRM noch ein bisschen Zeit geben. Der Composer ist Bombe. Die werden das mit den Vorlagen schon noch auf die Kette kriegen. Bis dahin machen wir es einfach so. Wir machen eine Kampagne und die nennen wir Vorlage und die kopieren wir dann einfach bis zum Erbrechen. Wir nutzen den neuen Visual Builder, den finde ich wirklich richtig gut. Wir fangen hier mal mit so einer Standardvorlage an und gucken uns erstmal an, was gibt es denn überhaupt für Einstellungsmöglichkeiten, nämlich hier neben Blogs, Layout, Global Style und es gibt auch noch die Möglichkeit hier Stockfotos einzufügen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig wegen Corporate, Corporate sage ich schon. Ach, ich sage es hier, Copyright. Hier gibt es eine Background-Color, also der Background ist hier in so einem zarten Grau. Das kann man so lassen, man kann es aber auch ändern. Die Textfarbe ist schwarz, finde ich völlig in Ordnung, passt zu meinem Corporate Design. Von Family würde ich hier nochmal umstellen, also ich schreibe ja immer alles hier in Montserrat. Und die Linkfarbe ist bei mir auch eine andere. Die machen wir mal in meiner Farbe, Links sollen auch unterstrichen werden. Damit bin ich völlig zufrieden, alles gut und das kann schon mal so eingestellt bleiben. Das speichern wir jetzt schon mal, können wir hier oben wieder zumachen. Super und jetzt geht es mal an die Kleinigkeiten. Hier würde ich einfach das Logo nehmen, das wir schon reingeladen haben. Zack, dann sieht das aus wie meiner. Und diesen Button, den würde ich tatsächlich auch direkt nochmal in meine Farbe umändern. Das, was ich schade finde, ist, dass das hier nicht auf das Theme zugreift, also dass hier nicht die Theme-Farben drin sind. Aber, ja, warten wir mal ab. Vielleicht überrascht uns FluentCRM noch damit. Genau, hier haben wir jetzt den Button schon mal gestylt. Und jetzt können wir uns hier unten noch überlegen, wollen wir, also erstens die Social und so Kanäle wollen wir da drin haben. Dann können wir das hier einfach ausfüllen. Alles, was wir nicht haben, zum Beispiel ich habe kein Facebook, zack, schmeißen wir das mal raus. Und dann können wir uns überlegen, ob wir das hier als Footer nutzen wollen, in so einem bisschen schöner gestylten Setting, oder ob wir den Footer, den wir schon erstellt haben, genau, da hatten wir ja mal einen Footer erstellt, der sah ja so aus, wollen wir den nutzen oder wollen wir den in der Newsletter-Vorlage so richtig schön stylen und unten auch den Unsubscribe-Button auf eine andere Farbe legen. Dann könnte man die Sachen hier rauskopieren, da rein kopieren und dann am Ende des Tages das hier einfach löschen. Dann natürlich noch mal Test-Mail schreiben, gucken, ob wirklich ein Footer drin ist. Finde ich immer ganz wichtig. Ich habe mir hier die Mühe gemacht und habe das mal übertragen und würde dann entsprechend den Text im Footer rauslöschen. und dann können wir das immer so nutzen. Das können wir jetzt mal speichern. Und wenn zum Beispiel du immer ein Bild in deinem Newsletter hast, dann würde ich das auch hier schon so machen. Also dann würde ich tatsächlich mir das auch überlegen, dass ich so einen kleinen Einleitungstext habe. Zack. Den vielleicht noch mal duplizieren und in die Mitte noch mal ein Bild. Dann kannst du hier ein Bild teilen. Das könnte man auch mit einer URL verlinken. Also wenn du zum Beispiel immer ein YouTube-Video teilst oder so, dann könnte man das hier, das Thumbnail reinladen und könnte auch das Bild verlinken. Das würde ich aber nicht in der Vorlage machen, sondern das würde ich dann tatsächlich immer separat in der einzelnen E-Mail machen. So, dann kommt noch mal ein kleiner Text und dann kommt hier vielleicht noch mal ein Call to Action. Vielleicht hast du hier, hier ist dann, ne, danke und liebe Grüße. Vielleicht hast du aber auch immer so einen Werbeblock noch mal am Schluss drin. Kann man auch machen. Dann kannst du den auch hier schon einbinden. Vielleicht hast du, vielleicht möchtest du aber auch noch mal mit Divide anarbeiten, dass du immer hier so ein, was weiß ich, so einen Trenner drin hast oder so. Pack dir das wirklich in der Vorlage, so wie du das brauchst. Also du kannst auch immer so eine kleine Einleitung haben. Zack, jetzt habe ich es natürlich dupliziert und nicht gelöscht, ne, ist auch schön. Du kannst auch immer so eine kleine Einleitung haben. Du kannst auch sagen, du hast hier eine kleine Einleitung, dann eine Überschrift, die zu deinem Video passt, das Video und noch mal so einen kleinen erklärenden Text mit einem Button. Wenn so deine Vorlage aussieht, prima, dann speichere die so ab. Ich würde es jetzt noch mal wirklich viel einfacher machen und das auch wieder rausnehmen. Mir reicht tatsächlich das hier schon. Speichern wir ab. Jetzt gehen wir noch mal zu den Kampagnen. Jetzt haben wir hier schon eine Vorlage und die können wir jetzt bei jedem neuen Newsletter nutzen. Also wir nehmen die Vorlage, wir doppeln die, dann sind wir hier drin. Hier oben kannst du jetzt sagen, erster Newsletter, juhu. Den kannst du jetzt mal schreiben. Ich rate dir hier wirklich immer Texte zu geben, nach denen du auch suchen würdest. Also wenn du Newsletter schreibst zum Launch, dann nenn den Launch. Wenn du Newsletter schreibst zu, so wie ich jetzt hier ein Video mache zu FluentCRM, würde ich den Newsletter FluentCRM nennen. Also wirklich nenn den so, wie du suchen würdest. Dann kannst du das hier anpassen, wie du willst. Und dann kannst du erst mal speichern und dann gehst du hier weiter. Hier kannst du den E-Mail-Betreff eingeben. Du kannst immer AB-Test machen. Das finde ich so gut, dass du wirklich mit einem AB-Test arbeiten kannst. Da kannst du so zwei, drei wirklich, ja, ich sag mal, Subjects reinmachen. Finde ich richtig, 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 richtig klasse. Und den Preheader nochmal. Du kannst Custom From und E-Mail setzen. Also wenn du mal von woanders schreiben willst, du kannst UTM-Parameter setzen. Das finde ich so wertvoll, gerade wenn du mit einem Analyse-Tool arbeitest. Da würde ich immer Folgendes reinschreiben. Also Newsletter. Das Medium ist in dem Fall Mail. Der Kampagnenname, da würde ich wirklich immer reinpacken, was auch hier oben dein Betreff ist. Also in dem Fall Fluent. Ups. Und Paid Keywords haben wir in dem Fall nicht. Und wenn du was hast, wo du, also wenn deine Kampagne Fluent ist und du machst dazu ein Newsletter, du machst dazu ein YouTube-Video, du schreibst einen Blogartikel zu Fluent und so, dann würdest du das hier reinschreiben. Also dann würdest du hier reinschreiben, Newsletter, YouTube, wo, wie willst du das unterscheiden? Dann kannst du hier noch eine Test-E-Mail schicken und dir alles nochmal angucken. Und dann wird auch schon versendet. Und das hier siehst du später wieder in deinem Analyse-Tool. Also wenn du in Google Analytics gehst oder in ein anderes Matomo, irgendein anderes Tool, dann siehst du, wie viele Aufrufe kamen wirklich von der Fluent-Kampagne aus dem Newsletter. Finde ich ultra gut. Wir brauchen noch ein E-Mail-Subject. Also wir machen das hier nochmal aus. Und ich schreibe hier mal rein, Fluent-CRM. Haha. Unbedingt lesen, ist klar. Und dann können wir sagen, das geht an alle Listen. Das geht nur an die, die auch Kaufinteresse fürs Buch haben. Also hier Interesse fürs Buch haben. Das geht, ne? Man kann Leute da rauspacken. Also wen, alles nicht. Die das Buch schon gekauft haben. Und dann wird verschickt. Das können wir natürlich jetzt nicht, weil wir keine Kontakte haben. Aber ich sag's euch, so würde das im Prinzip gehen. Man könnte hier auch noch dynamische Segmente machen oder Advanced Filter. Richtig gut alles. Und damit sind wir im Prinzip schon durch. Das sind die wichtigsten Funktionen von Fluent-CRM. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist ein gescheites Formular, mit dem wir die Kontakte da rein kriegen und die Möglichkeit, es zu versenden. Und dazu mache ich separate Videos. In diesem Sinne, bis dahin.